Entdecke dein wahres Ich. Fühlst du dich auch ständig gestresst und vom Alltag überfordert? Zweifelst du an jeder Entscheidung? Dann wird es Zeit für eine Veränderung. Hallo, heute möchte ich dir einen echten Wendepunkt in der Welt der Selbsthilfe vorstellen. Es ist Zeit, deinen authentischen Weg zu entdecken. Mit Wolfgang Kampers neuestem Werk. Authentizität ungefiltert. Nachtwolfs Guide zu einem ungeschönten Selbst. Was erwartet dich in diesem Buch? Stell dir vor, wie du Stress effektiv bewältigst. Sieh dich selbst friedlich in einem ruhigen Park meditierend, wie du dich vom Chaos des Alltags löst. Oder wie du dein Selbstvertrauen stärkst. Stell dir vor, wie du auf einer Bühne stehst und eine kraftvolle Rede hältst. Absolut überzeugend, so dass du jeden Zuhörer in deinen Bann ziehst. Und wie wäre es, endlich die schwer zu fassende Work-Life-Balance zu erreichen? Stell dir vor, wie du wertvolle Zeit mit deiner Familie verbringst, lachst und spielst, wirklich präsent im Moment bist, ohne dass dich die Arbeitspflichten belasten. Vergiss nicht, authentische Beziehungen zu pflegen und den Mut zu haben, Veränderungen anzunehmen. Sieh dich selbst dabei, wie du tiefe, bedeutungsvolle Verbindungen knüpfst und mutig neue Wege beschreitest, die einst einschüchternd wirkten. Bist du bereit, deine Reise zur Selbstverwirklichung und inneren Stärke zu beginnen? Du kannst noch heute starten. Bestelle dein Exemplar jetzt unter au.nachtwolf.tv und mache den ersten Schritt zu einem Leben, das authentisch dein ist. Denke daran. Authentisch zu leben bedeutet, deinen eigenen Weg zu gehen und dein Leben so zu gestalten, wie du es dir vorstellst. Wenn die Sonne untergeht und du zufrieden im Abendrot stehst, weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Schließe dich der Bewegung an. Lebe Authentizität. Pflege Achtsamkeit und innere Stärke. Knüpfe tiefe Verbindungen. Finde deine Work-Life-Balance. Das ist Nachtwolfs Versprechen an dich. Lebe deine Wahrheit und verändere dein Leben mit Authentizität ungefiltert. Wir sehen uns auf dem Weg zu echter und dauerhafter Veränderung.